Ich bin Johannes Hartmann, Führer im Dachdeckerbetrieb. Also ich bin die vierte Generation, führe jetzt weiter mit acht Mitarbeitern und drei Lehrlingen. Und für mich ist es wichtig, die Digitalisierung halt weiterzuführen, also wirklich einzusetzen. Und ich bin dafür offen und finde das gut. Und mir hat das Seminar halt wieder was gebracht und geholfen, wieder was mitzunehmen. Zwar nicht alles wahrscheinlich, aber ein Bruchteil, also ein paar Sachen kann ich mitnehmen und dann einzusetzen. Und das versuchen halt umzusetzen, Schritt für Schritt. Es geht nicht von 0 auf 100, aber man muss sich immer mehr damit befassen und wirklich das einzusetzen.